Snaken Ich habe sie mir vorhin schon mal angeguckt gegen den Computer Die eine ist ja wirklich nicht ganz neu, der ist ja wirklich nur einer von den MV3 glaub ich Die killen sich lieber gegenseitig Einer ist gerade gekickt worden wegen zu vielen Was jetzt schon? Die Hunde hat ja gerade angefangen Ja Wurde Dreck gekickt Hat sich die Spawn schon geändert oder was? Ja wir sind hinten bei denen gespawnt Verraschend oder was? Links unten in einem Gang drin Habe ich von hinten erwischt den Wichser Oh verdammt Ja Habe ich der nächste geholt Habe ich von hinten in einem Gang drin Ja Santos wieder Nee doch nicht Alter der Friedrich hat vielleicht drei Leute geholt Auf die sind aber bestimmt immer noch Ah ist jetzt weg Hey der ist schon wieder da Ganz hinten links jetzt bei denen Ja mich oder auch Das ist doch nicht wahr Ja jetzt ist er weg Wenn du links rumläufst da hast du nur noch Flak Hm? Alter pass auf Da hinten ist bei der Flak da liegt einer direkt links Oh jetzt kommt der mit der Vogelsprung Ja Ja der Friedrich ist da auch schon wieder Also er lag direkt einer links Boah jetzt ist er schon Der ist schon wieder da Wieder links Ja durch die Mitte kommt der jetzt Ja durch die Mitte kommt der jetzt Ey das ist doch eine Camperfotze Ey ganz ehrlich Habe ich vom eigenen Werk gesprengt Feindlicher Aufklärungsflieger entdeckt Ich habe mir noch keinen Kill gemacht glaube ich Ich habe auch 5-8 erst Ja die Camperfotze habe ich weg gemacht Die Nonopepe Ey der ist Sand aus mich erwischt Ich habe 2-8 Der Friedrich ist bei uns am Spawn irgendwo Garnade Ja da kam ich nicht mehr weg Feindlicher Aufklärungsflieger entdeckt Jetzt habe ich noch eine Drohne Feindlicher Artilleriebeschuss Ich habe nur wofür die die Drohne brauchen Der Santos ist schon wieder da hinten am Campen Ey da liegt auch Es kann noch nicht diese alten Camperf Ja nur links rum Hier sind da liegen 3 Stück überall in der Ecke rum Knecht Ruprecht Ey Ich hasse ich nicht nur mal Diese Mett ist genauso scheiße wie die Texas Die Reins denn Die kommt von links Komisch Ich sterbe immer an denen ihren Atomgranaten Ja ich auch Wie viel brauchen wir auch jedes Mal nur einen Schuss Oh das ist meine eine Granate verreckt Ja Der ist Santos wieder Der sitzt doch oben im Fenster in der Mitte Ja Ja komm schon wieder eine Granate Ey So auf rechts rum ist einer Wir haben echt Atomraketen glaube ich jetzt Er geht Sponsor ist der Santos wieder da ne Wieder mich verarschen Feindlicher Jagdflieger im Anflug Oh Gott Jagdflieger 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 Ja genau Ey wie kann Hier ist dieser Nono Pepe ne Ist der größte Camper der auf dieser Map rumläuft gerade Nach Santos Es ist so Camper Ficker hier gewesen ne 13 1 Nono Pepe der lag nur in der Ecke rum Boah ich hasse Wenn du Windows neu machst kannst du alles und ne tolle Euer khoang Ich Chris Egal Dieses Mal Ich werfe Egal Die